Wir befinden uns hier in Halle 7 bei ScottFit. Neben mir steht James Andrew, der Geschäftsführer von ScottFit. James, was können Besucher hier sehen? Bei uns kann er vom Kardiograf, Freigewicht, Treadmill-Saver, Abkoster, was haben wir noch? Und natürlich unser Street Fitness, unser neuer Edelstahl-Turm. Was können Besucher hier für Innovationen sehen? Von unserer neuen App von Maison. Wir haben unser Smart Center jetzt in der Cloud zusammen mit E-Gym verbunden. Wir haben unsere neue Edelstahl-Cleaning-Station. Wir haben unsere neue Treadmill-Saver, das ist das grüne Licht, das Ampelsystem, das messt die Strom von einem Laufband. Im Hintergrund steht euer neuer Turm. Was kannst du mir darüber erzählen? Wir haben ein bisschen etwas anderes als den normalen Turm. Wir denken, das ist nicht nur für Cross-Court-Training, Fitness, TRX, das ist auch für Street Fitness. Das heißt, die Jungs, die Mädels klettern hoch, hier mal ein Kletterband, alles bewegliche Griffe. Wir schauen hier, von draußen und von drinnen, weil alle die Stahl hier ist Edelstahl. Wie war die Resonanz der Besucher bisher hier am Stand? Wir waren alle begeistert. So etwas habe ich nie gesehen. Wir können das Publikum klettern hier hoch, machen Saltos. Wir haben jeden Tag, jetzt Donnerstag, Freitag, Samstag, zwischen 9 und 17 Uhr haben wir ein paar Shows gemacht. Die ganzen Flecken waren voll. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.